unser king of the game startet mehr holprig als alles cool aber das ist jetzt auch ein test ein grober ablauf von wir gucken mal wie es wird und lernen dann daraus hier ist erstmal das intro und danach erkläre ich euch was wir jetzt eigentlich von unsinn machen so und jetzt bin ich wieder ein groß da heute spielen wir oder heute finden wir heraus wer der erste king of the game wird und ja das ist ein titel und keine royale eigenschaft das heißt auch frauen können könig werden daher haben wir heute vier spieler zusammen gesammelt zum einen die liebe pia zum anderen der mark dann der nette adrian und rika ist auch dabei und dann finden wir heraus wer von denen der beste wird und ja ich habe das mikro hier in der hand weil die halterung gerade verschwunden ist dieses kleine kindermikro was eigentlich ein ansteck mikro ist das muss ich mir gleich suchen wenn das erste spiel läuft kann ich nicht beim zweiten spiel aber gut ich würde erst mal sagen wir stellen die spieler vor daher würde ich mir jetzt gleich ich habe hier mir ein ich muss kurz was gucken moment ich muss mich selber noch ein finden ich habe bis gestern nacht um zwei noch alles gemacht da lustig es gibt genau es gibt keine moderation und hintergrund screen interessant ja gut dann machen wir das ohne erst mal auch wenn es das schöne gibt das zeige ich euch gleich noch was ich da gemacht habe ich muss auch gleich noch sachen zurecht schieben also das ist jetzt nur die einleitung und dann gibt es eine extra folge wo dann auch das neue spiel startet ich würde jetzt erstmal sagen ich hole mir erstmal den ersten spieler dazu und das wäre dann in dem falle möchte denn der mark mal kurz zu mir kommen ich habe die spieler sind absichtlich noch alle gemutet genau dann stelle ich hier nämlich mal kurz die cam um übergabe da seht ihr dann den mark ja du nimmst das singster mikro ist das nicht geil warte ich kann auch so machen ich kann auch das nehmen wirst du hörst mich ja sowieso ja das stimmt perfekt weil ich höre dich nämlich gerade super ich weiß nicht ob er mich hört ich nehme ja beide mikros ja warte ich rutsche noch mit zur seite damit das bild besser ergibt genau das ist unser erster spieler das ist der liebe mark den kennt ihr vielleicht von unserer lustigen kakaoke sauce habe ich auch im nachgang gehört dass die wohl grausam gewesen sein soll ich weiß gar nicht wie die darauf kommen ich habe auch keine ahnung ich fand es gut es hat irgendwo spaß gemacht ja auf jeden fall nee genau und du bist dann halt jetzt der erste teilnehmer hast dich bereit erklärt dass wir gefragt haben hätte jemand lust mitzumachen ja komm ich kann das mal machen erhoffst du dir denn irgendwas erst mal viel spaß auf jeden fall ja das hoffe ich auch lustige zeit das hoffe ich noch mehr ja ich trete natürlich an um zu gewinnen das freut mich was ihr sogar nicht glauben werdet es gibt sogar ein pokal es gibt pokale die kann ich gleich mal noch in die kamera mir halten damit ihr die mal seht fand ich auf jeden fall auch eine schön also ich wollte dass es wirklich um was geht mich stört nur gerade dass hier im bild was angeschnitten ist und das will ich gerade weg machen ihr kennt mich ja ich bin da ganz schlimm nee genau aber du hast schon von computerspielen relativ viel erfahrung ne du bist ja ich würde mal sagen derjenige der meisten erfahrung hat von dem trüppchen was darum geistert vieles durch die bank weggespielt playstation nicht so das problem ja dachte ich mir naja wenn man eine konsole kann kann man ja genau deswegen nur daran erinnern dass die knöpfe oder andere bezeichnung haben aber das prinzip ist meistens dasselbe wobei mir bei mir der gag sogar ist dass ich die knöpfe ich merke mir gar nicht wo die knöpfe sind ich drücke halt einfach nur immer es sind ja bei vielen konsolen eigentlich immer dieselben button nur weil sie anders bezeichnen ja ja genau deswegen nee okay warte ich kann dir noch was zeigen das zeige ich gleich noch den spielern den dem chat selber aber ich habe ja eine vorstellung von euch gebastelt und guck mal das seht ihr euch dann auch gleich an das war das foto von eurem pool das ich bekommen habe ja 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 ne genau ich würde sagen dann lasse ich dich wieder zu den anderen und dann kannst du mir gleich die nächste spielerin und das wäre dann in dem falle die liebe pia wenn du mir die mal kurz vorbeibringst ich danke dir so das war der mark ich guck mal währenddessen noch dass ich noch eine bildschirmaufnahme ja das ist monitor zwei liebe pia weiter ist es gerade noch nichts zu sehen kannst du dieses mikro nehmen dann bist du auch zu hören richtige schöne interview funktion weil ich muss noch kurz was ich muss alles noch grob zusammen basteln ich konnte nicht alles mehr testen und normalerweise bin ich müsstest du wissen sehr gerne vorbereitet guck mal so sieht der ich muss das nur größer machen ich habe euch ja die spielervorstellungen auffällig gemacht und habe gestern die bilder gemacht genau perfekt so halbwegs muss ich gleich noch perfekt ausrichten genau dann blende ich jetzt aber die pia wieder ein weil dann seht ihr sie auch guck mal wer da ist da ist die pia genau auch bei dir danke erstmal dass du mitmachst als wir einfach nur gefragt haben wer hätte denn lust da mal ein bisschen was mitzumachen ja ich sage ja hier fehlt mein halteclip deswegen halte ich das mikro die ganze zeit so ich weiß bin mir nicht ganz sicher ob das du das signal überträgt wie ich es gerne möchte sag mal bitte kurz was ja du bist sehr leise du musst es näher an den mund halt das ist kein problem also du hast dich bereit erklärt mitzumachen warum ich kann dir sagen es gibt ein spiel da wird rika richtig laut schreien weil sie da keine lust drauf hat aber wie würdest du sagen deine spielerfahrung rudimentär naja es geht also ich habe viel am computer gespielt und weniger mit konsolen aber da ich jetzt über 90 stunden hockwurts legacy auf dem konto habe komme ich mit dem kontroller ganz gut zurecht ja dann würde man ich weiß nicht bist du erfahrener als rika dann jetzt schon oder noch mal wenn du überlegst was du noch an guild wars reingesteckt hast ich glaube du bist dann die zwei wobei ich weiß kann adria nicht einschätzen also rika hat ja den vorteil dass sie hier viele verschiedene konsolen gespielt hat und viele verschiedene spiele und ich spiele halt immer so den selben kram sehen ja ähnliches so lieber open world oder sowas oder ein bisschen autorinnen kram aber ja mal gucken ja mal gucken was erhoffst du dir also erhoffst du dir schon platz eins oder sagst du ja also ich möchte nicht viel aber ich glaube so schlecht würde ich jetzt auch nicht abschneiden okay also ein bisschen unter dem radar bleiben ja mal gucken kommt auch kommt auch die spiele drauf an ja würde ich sagen also ich wie gesagt es ist alles nicht die schlimmste welt nee genau dann bedanke ich mich für das kurze vorbeikommen und dann würde ich sagen dann schick mir mal bitte den adrian vorbei test test da bin ich auch zuhören okay cool dann brauche ich das ja jetzt nicht das auch so halten hier bist du genau das ist ja gar nicht gezeigt ich zeige euch kurz was und dann zeige ich euch den adrian das kann ich auch gleich umdrehen guck mal wir haben hier da noch die liebe pia als spielerin und da kommt dann jetzt noch der liebe adrian hier sind nur die farben vertauscht anscheinend naja gut ich habe gestern alles abends noch zusammen gebastelt ignoriert ist einfach so da ist der liebe adrian dich kennt man eigentlich in diesem stream noch gar nicht zumindest nicht live nee genau doch stimmt doch man kennt dich man kennt deine deine gut erraten ja ja schimpferei diverse hand erlebnisse ja wo man mich schon mal zuhören bekommen hat ist aber zu sehen noch nie das ist das stimmt das stimmt in persona ist es das erste mal genau deswegen das adrian wie gesagt hand mit rené ihr spielt das schon der ewigkeit zusammen wie würdest du denn deine spielerfahrung bezeichnen langjährig langjährig ja ich habe eben schon gesagt ich kann das nicht so ganz einschätzen wie konform du bei computerspielen bist also quasi seit dem ich zugang zu einem pc habe also 678 also wie markt dann würde ich würde sozusagen halt schon länger aber dann mehr pc als konsole ja konsole zwischendurch mal eine ps2 und ansonsten es hat ich ganz früher mal bist du jemand der das wirklich essen es nennt scheinbar sonst hätte ich nicht gedacht das heißt snes oder der nes aber nicht essen es zu spät wie wie eine krankheit das super nintendo entertainment system besser perfekt super ja aber ansonsten seit die ps2 und oder voll gestaubt ist quasi nur noch pc weil pc masterways das lassen wir jetzt mal so im raum stehen und ja da aber eigentlich ziemlich die brandweite durch ja dann über strategie aufbau shooter ja nur das einzige was jetzt hier vor mir ist ja das erste spiel gucken die leute schon so ein bisschen wurden schon sachen angemerkt was erhoffst du dir denn für wie du jetzt abschneidet erster platz okay nichts anderes also ansonsten ja wenn rika gewinnt dann ist klar sie schläft mit dem schiedsrichter eindeutig schiebung also ist ja sowieso schon mal gesetzt ja das muss man im raum werfen muss man auf jeden fall vorher schon mal gesagt haben damit man im nachgang sagen kann wenn es nicht so läuft wie man möchte habe ich gesagt genau wir haben ja gelernt donald trump hat auch gesagt wenn er verliert ist es schiebung dann liegt es daran liegt es nicht an den verbrechen die er begangen hat sondern es liegt daran dass die anderen das aufgedeckt haben genau also wenn ich nicht gewinnen sollte wird wahrscheinlich schiebung sein okay das wurde schnell politisch dann würde ich sagen ich bedanke mich auch dafür dass du dich bereit erklärt das heute mitzumachen immer gerne in unserem testlauf es wird auf jeden fall noch kinderkrankheiten geben das sage ich euch jetzt schon so wie es ist aber ja leider wir dürfen ihm nicht über das auge lecken haben wir festgestellt denn der gute hat eine kleine bindehautentzündung aber er traut sich trotzdem heute mitzumachen lassen wir einfach das augen lecken ja wobei das war meine entscheidungsspiel wer am längsten augen lecken kann jetzt muss sich umentscheiden also da bin ich dann ja im vorteil ja stimmt weil keiner will das bei dir okay dann würde ich sagen ich bedanke mich für das kurze vorbeikommen und wenn du mir noch meine liebe frau gattin vorbeischauen dann wäre das super dankeschön ich stelle übrigens ein fest ich kann doch so ein bisschen moderieren so du darfst ja dieses mikro nehmen so und damit ich habe ich noch das letzte zeige damit ich das auch benutzt habe seht ihr noch dass ohne blaue haare aber mit blauem hintergrund und wie ihr seht ist dass die liebe rika genau was soll ich dich denn noch fragen was man nicht schon weiß erstens ja ist euch aufgefallen die haben alle shirts an in den richtigen farben vom branding mit king of the game was sagst du jetzt frage ich dich was schätzt du dir heute ein was für eine rolle was für eine position also wie gesagt wenn damit nicht bitte werfen und damit adrian nicht gewinnt mache ich das also würdest du jetzt andeuten dass es eine kleine fehde gibt zwischen ihr und ihnen warte mal jungs mädels hört ihr das perfekt okay weil jetzt hören sie auch unser interview fällt mir gerade ein also du willst eigentlich nur dass adrian nicht erster wird und würdest dafür den vierten platz in kauf nehmen hat bestimmt nichts damit zu tun dass du dich schon auf dem vierten gesehen hast ich bin sehr realistisch ich kämpfe natürlich also ich freue mich wenn ich auch zweiter oder dritter werde aber realistisch betrachtet weiß ich schon wo mein treppchen ist okay aber ich gebe mir natürlich ich mühe dass es vielleicht eine überraschung geben wird aber machst du grad verkaufst du dich grad als underdog und als jemand der definitiv fitter wird um sicher zu gehen dass spiel doppelspiel ja dann frage ich nicht mit wem du dich verbündet hast du bist ja die einzige die so ein bisschen mit in dem ganzen entwicklungsprozess dabei war beziehungsweise ich habe nebenbei mitgekriegt hat dass ich bis zehn uhr nachts noch gearbeitet habe ich ja jetzt auch erst mal loben also jens hat da wochen der intensiven arbeit rein gesteckt und hier so schön alles aufgebaut und drüben ist das nachher auch da steckt wirklich so viel arbeit dahinter also jetzt weiß ich also für uns ist das ja eigentlich noch relativ klein andere streamer hier dr freud pietz mit und so die machen das ja viel größere aber steckt so viel arbeit dahinter wenn ich als leeren sehe wie du die datenbank programmiert hast ja ich hätte auch einfach stift und papier nehmen können doch jetzt auch einfach mal loben für seine harte harte arbeit also die war die der hat ja wirklich stunden tage wochen dran gesessen gestern noch ich glaube bis zwei uhr nachts ja gut ich habe nebenbei aber auch final fantasy 7 wie birth collectors edition bestellt das war ganz wichtig für 370 euro meine damen und herren könnte ein sehr viel inklusiver spiel inklusiver artbook inklusiver soundtrack und dlc soundtrack und dlc bekommen ist ein schnapper warum bist du eigentlich die einzige die so wieder mal du hast ein handmikro und du atmest da rein wieso schaffst du das die anderen haben das nicht hingekriegt weil ich erstmal habe und die anderen nicht ich habe heute luftprobleme meine damen genau daher würde ich sagen ich schicke ich schicke dich mal wieder dann zu den anderen ich habe mir also wie gesagt es gibt heute ganz menge kinderkrankheiten hier noch ich habe mir aber hier viel zusammengebastelt in der hoffnung es klappt und wir machen ich erkläre gleich noch kurz die punkte vergabe und dann würden wir die einleitung soweit erstmal beenden das ist eine extra aufnahme und dann sorgen wir dafür dass das erste spiel dann schnellstmöglich startet immer so zwei kleine sachen noch machen aber ich bedanke mich fürs vorbeikommen ich bedanke mich auch fürs mitmachen du hättest ja auch nein sagen können ja und du hättest das ganze nicht zusammenbauen können also irgendetwas das nächste mal spielst du mit und ich moderiere naja aber um alles andere ja genau also in der dritten staffel wenn wir glück haben nein in der letzten werden die besten zusammen naja ich würde sagen dann bedanke ich mich und ja wir sehen uns danach also dann schalte ich hier noch mal dahin guck mal da bin ich wieder den stuhl mal zur seite geschoben so leute so alter mann ja genau so das waren jetzt soweit unsere spieler die haben sich jetzt mal nett vorgestellt ich mach mal das mikro kurz aus ich benutze jetzt weiter das blaue so jetzt noch kurz zu der punkte vergabe aber da kann ich was cooles machen da kann ich nämlich auf diesen screen wechseln guckt euch das mal an hey der moderation screen ist das nicht schön so genau und zwar haben wir läuft es so ab wir spielen zehn spiele in diesen zehn spielen können die spieler allgemein punkte von vier bis eins verdienen je gewundene runde es gibt spiele die haben unterschiedliche runden genau also es gibt spiele die haben unter ich höre nur die leute im hintergrund rum bloppeln ich habe sie absichtlich noch auf mute für euch genau also es gibt vier verschiedene modi die stehen auch bei den spielen dabei es gibt einmal den vier runden jeder gegen jeden bedeutet einfach wir spielen vier runden von einem spiel und da spielt halt einfach jeder gegen jeden dann gibt es den duel modus also den duelle das sind dann jeweils zwei duelle da spielen hat alle spieler mal ungefähr gegeneinander das sind glaube ich sechs runden da wird es dann von der punkte vergabe so aussehen dass es halt immer zwei und eins gibt bei den vierer spielen wo dann halt alle vier spielen gibt es halt vier drei zwei eins je nach punktestand oder nach rang den sie verdient haben dann gibt es noch den modus turnier das bedeutet es spielen zuerst zwei dann spielen andere zwei und am ende spielen dann in der dritten runde die beiden verlierer gegeneinander und in der vierten runde die beiden gewinner das ist da das ziel da gibt es dann auch wieder zwei und eins punkte beziehungsweise bei den gewinnern gibt es dann vier und drei punkte damit das sich auf jeden fall abhebt genau und der letzte modus was hat stand by okay ja nicht schlimm genau und der letzte modus der noch der noch existiert das ist eine komplette einzelrunde das heißt alle spieler spielen eine einzige runde gegeneinander da wird es dann auch wieder die punkte vergabe von vier drei zwei eins geben warum nicht drei zwei eins null weil alle darauf bestanden haben noch einen gnadenpunkt zu bekommen wenn sie auch verlieren das ist halt wie so die teilnehmerurkunde bei kindern bei den jungen des jugendspielen es ist einfach damit die kinder sich auch glücklich fühlen mir war es egal daher würde ich sagen lustig der text vom chat ist schwarz auf grau das ist sehr klug vielleicht kriege ich das noch geändert ja genau das war das soweit und ich würde jetzt sagen im hintergrund werde ich jetzt gleich noch alles anschließen für das erste spiel und vorbereiten und muss noch kurz die camps einstellen das mache ich dann auch im stream nur nicht im video und dann legen wir direkt los mit dem ersten spiel das zeige ich den spielern aber direkt am anfang des nächsten videos also bis dann auf wiedersehen und tschau ich bin die w die 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 oder ä